aber hast du denn blöcke ja ich habe mir gerade welche angeschmissen dieses hier machen nämlich auch nicht gerne da bin ich auch mal sehr sehr vorsichtig siehst du so na findest du es gut ja wenn du gerade rein ja sehr ungeduldig die damen sie steht noch mal mal ja das alles untersucht ja ich habe mir die bilder angeschaut und sehen die gut aus heute und hier ist wahrscheinlich der gleiche kokolo wahrscheinlich gar nischt gar nischt nix so jetzt kommen wir langsam und gefilde die ein wenig ungemütlich sind aua ja die sind ganz schön mutig uns entgegenzustellen sich wo stellen sie sich das ganz schön mutig sich in uns in uns entgegenzustellen wo ich einmal reingucken an die jesen will kommen da und da sind wir gekommen gott da müssen wir jetzt hoch kommt der letzte akt sind wir schon ganz näher ist noch mal ins gebäude oder ja ja fast fast glaube ich noch mal ein ein stockwerk durchs gebäude jetzt kommen hier drei in den weißen zwei kommen hier aus der mitte einer rechts so haben wir nicht gewettet 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 noch ja 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 einmal zu einem heim umzugehen genau so wer hoch ich ihn hinter den kopf das war gut hier schön rund erst mal ja die idee ich glaube ich die zu beginn weiter da kommt noch einer dann noch welche ja ich habe wieder erschossen gerade den hund immer die munition mit da kann ich die munition liegen lassen 80 schmecken im schuss die haben tatsächlich die tür aufgekriegt ja mit geballter kraft und ja hier steht noch ich gehe mal kurz hier runter meistens ist hier irgendwas ja ich mach mal hier auf klo und so ich mache mal hier auf klo und so und so weiter ich habe schon sieben mindestens zehnmals anschein erschossen mindestens und sie mich auch wir haben pv an wir haben pv an sonst hätten wir uns schon mindestens jeder zehnmal erschossen karl heinz wo ist karl heinz karl heinz hallöchen zusammen wo es neues jahr frechheit das war nur so ein blaues ding im klo jaja das blaue ding also bei jason haben wir uns erschossen tatsächlich da haben wir uns leider gegenseitig erschossen also unabsichtlich natürlich unabsicht und dann haben wir uns aber nicht richtig nieder die musik wird gar nicht auf er hat noch nicht gemerkt dass wir fertig sind wir wir sind zu schnell für die musik so jetzt geht's los ich würde meinen gewährung gerne noch einmal wie das hier reparieren ist zwar nicht kaputt aber im sinn im falle eines falles geprägen veränderung so das lade ich das lade ich immer diese ausreden das war keine ausrede ich muss mal ein schluck kaffee nehmen moment aber ich habe vergessen um zu hören vergessen um zu hören oder kaffee kaffee beides ich habe beides am start aber gerade war es kaffee gerade war es kaffee nachher mache ich ich habe immer noch von meinem adventskalender ich auch noch ja von der adventsbox meine ich ja 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 die von dieser adventsbox ich bin heute habe ich die nummer 18 getrunken ja jetzt noch einer jüdischen hat er ist hinter der wand eine dose drohen fisch zu ok wo müssen wir jetzt längst ja ja jetzt wird's lustig jetzt wird's lustig das ist kein problem ja die kommen einmal runter einmal hochwertig und diese geier ne der geht ein bisschen auf die nerven ja ja ein lädel bit ein lädel bit so und die ja holst du die runter oder soll ich ich stelle mich in die hecke muss runter springen wieder bleibt nicht stehen oder ich war ganz runter nein wenn da wo die chemiestation alle gelootet muss ich hier noch reingucken ach du scheiße warte mal wo ging es denn hier lang ich bleibe hier stehen ich werde mich kein millimeter bewegen wenn die nämlich runter kommen kaffee marsch thema schula marsch auf schwarze füße auf schwarze füße ich komme schnell durch was mache ich jetzt ich mache das kaputt ich bin geduldig sie hört aufs wort und springt ja aber doch nicht da ich soll doch nicht da rein springen das kommt bei mir öfter vor dass ich so ein bisschen einen anderen weg finde obwohl ich ihn nicht suche der findet dich der weg ja ja oder so der findet dich jetzt müsste ich mal wissen wo ich lang muss hier wieder treppe hoch ja bin der sechs in der mitte von dieser chemiestation sehe ich jetzt gerade hier ist ja hier ist ja wieder eine treppe ich bin aber auch blend nein sagt nicht so was sein sagt nicht so was genau hier raus da längs ich bin ich da bin ich da ja wenn du noch mehr laufen darf mich da auch noch gibt aber achte drauf wenn du wieder runter springt und kommen gleich wieder wenn du sie anfängen wann die anfang zu laufen sind jemand wenn die anfang zu laufen kommen bitte sofort runter da hätte diese geier das war nicht ganz optimal ja habe ich abgeschossen schon aber einer kommt dann noch oder ist dann noch aber der gehört nicht dazu wir haben noch nicht alle die spinne ist ja herunter gefallen oder ja wir haben noch noch mehr wo sie denn brauchen so lange kommen wir gehen also jemand gehen wir hoch gehen nicht alleine eine eine ist ja ja aber es müssen mehrere sein ich gehe mal hier unten die tür wurde zugemacht hast ja da ist aber da ist das ist ein hoher raum da kann keiner rein oder raus kommen aber da sind die drinnen hatte muss man immer die bohrer hatte wo es meine da geht er jetzt rein ich will das ja ich will das jetzt wissen das hört sich nämlich hier ganz nah da sind sie guck ja sehr schön noch einer müsste da sein mutti ich nehme noch mal die bohrer warte aber ich sehen ach nee das bist du oder meins das ist die spinne ich muss mein sprit erst mal auspacken ok hat sie erledigt das wird wahrscheinlich die spinne sein die runter gesprungen ist ja aber im besten fall ist sie oben wieder gespawnt das hatten wir ja schon mal genau im besten fall ist sie oben wieder gespawnt niemals gewehrchen in der hand vorsichtshalber hier oben ist nichts mehr ich war ja schon oben ich habe ein knie verbinden ja guck mal es graute die morgen es graute die morgen schabupel und schabupel und ich mache hier mit dem ich nehme die blaue waffentasche 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 schönes ein stahlspiel level 6 und ein buch naja immerhin immerhin wollen wir doch mal unsere kniffligkeit nie probieren ach so machst du ja wenn du kannst du reingucken wenn du möchtest nein nein alles gut jetzt kann es reingucken guck nein aber ist ja eh nichts spannendes drin eine schatzkarte ein militärhalm level 6 hast du auch ein 6er ja ich glaube schon wunderschön wunderschön so das war es oder ja aber wir müssen noch den letzten finden ach du hast jetzt soll ich es rausnehmen hast du reingeguckt nö dann guck mal bitte rein für die kammer für die für die äh weiß schon für die dinge und so ja ja ich habe es denn rausgenommen das ist aber sehr äh erfreulich ne so für uf nehmen wir meinen sperren die rein guck wo wir den jetzt finden ne den clean also ich weiß ich habe auch mal gesucht die wandern auch so kann sich erinnern waren sie nicht sogar beim jason da waren die auch so im zwischendach aber vielleicht war das auch war ich auch alleine also auf jeden fall auf der seite also wenn der punkt jetzt noch kleiner wird da ist rot na ja es sind mehrere meinst du ja normalerweise ist er denn immer gelb ne hier drin warst du ja also ich finde dass der punkt kleiner wird das ist mir ist mir so ein bisschen hier wird er ganz groß die spinne ja ja das hatte hatte die frage ist wo ist die hatte doch da kommen wir hier irgendwie naja jetzt habe ich glaube ich blöd gemacht oder aber kommen wir da raus ne da kann man auch doch da kann man raus oder ja ich war gerade draußen aber da geht es ja nirgendwo hin geht ich jetzt aber auch also ich höre sie auf jeden fall bin ja auch die treppen hochgelaufen irgendwo ist das treppenhaus wo sind das hier bin ich ja guck mal die bewegt sich die spinne warte mal die läuft jetzt da lang guck mal die bewegt sich ja hier ist das ok es muss doch das treppenhaus sein wo ist denn dieses doofe treppenhaus also ich habe hier treppenhaus gehabt wenn du das suchst hier ist treppenhaus guck mal hier ja dann gehen wir runter da habe ich doch da habe ich doch aufgeklopft da bin ich doch gerade hochgekommen hier musst du bis hier springen so aber das geht schon kommen wir jetzt näher oder nicht wir werden uns befinden ich glaube die ist unten aber wenn es nicht die letzte ist doch doch das wird der letzte sein weil er nicht gelb ist runtergeflogen das habe ich gesehen hier müssen wir mal ein bisschen bauen warte ich baue hier gerade ja ich wollte bauen da muss man so baublöcke machen wir hier zehn stück oder sowas ich weiß nicht wo du bist treppenhaus immer noch so im treppenhaus aber das habe ich schon wieder verloren das treppenhaus ist schlecht exit exit wo exit steht ah hier ich glaube ich finde dich gleich äh ne ich höre dich ich höre dich runter runter immer schön runter immer runter immer runter ja das hat das hast du aber fein auf ja 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 da kann man das treppenhaus jetzt runter gehen doch doch ne hab ich mir auch gebaut warte bist du wahnsinnig okay wir müssen auf jeden fall jetzt sind wir zu weit runter aber ist egal ja da wir kriegen wir jetzt irgendwie scheiße besuch dann geht wieder hoch ja hier kommen wir sowieso nicht lang ich bin da vorhin auch hochgekommen weil ein steckweg höher das ist die ebene wo wir raus müssen hier auf der 1 oder jaja müssen wir irgendwie mal gucken dass wir den ausgang finden hier ist work ist noch eins tiefer ist noch nicht im erdgeschoss problem ist dass wir hier panzerglas haben sie auch panzerglas man hier die tür auf fertig ende im gelände wo machst du dich auf meine spitze herausgeräumt für mich ja ich habe meine rausgeräumt ich habe mir die bohrer mitgenommen er lebt noch sie ist ja da kommt es ist nicht mit was sind wir denn gefahren mit auto kommen total lang die bewussten und auto doch nicht wir müssen da hinten hin haben wir nicht pinkes auto wieder auto aber guck mal von weit da habe ich jetzt gedacht das ist unser auto steht hier ums eck und da wird und hier sind noch nicht nur noch hier war geld und eine waffe drinnen steinschaufel level 6